So, hey Leute, willkommen bei meinem neuen Video und bei seinem Kanal auch ein neues Video. Und zwar, wir machen heute was Neues auf unserem Kanal. Ich habe schon ein Video. Und zwar, ihr wisst ja, vor Kamera essen. Wir haben hier ein türkisches Gericht. Bei ihm kennt ihr das bestimmt schon. Hier haben wir Mante mit Joghurt. Das muss ich eigentlich noch mischen, egal, machen wir noch. So Leute, der esst das erste Mal. Mal schauen, was er sagen wird über den türkischen Gericht. Ich bin ja kein türkischer, ich bin was anderes. Und ja, wir gucken mal, was er sagen wird. Wenn du willst, kannst du mal eins in den Mund nehmen und mal sagen, wie es schmeckt. Eins in den Mund nehmen. Und sagen, wie es schmeckt. Ne, mein Freund. Soll ich umziehen oder so? Könntest du machen, aber eigentlich kannst du auch so essen. Ja, dann teste ich das mal. Ich kenne das nicht, keine Ahnung. Der ist türkisch nicht. Russen kennen das auch, weil bei Russen gibt es das auch. Aber das ist ein türkisches Gericht eigentlich. Warum kenne ich es dann nicht? Ja, keine Ahnung. Das ist auch Russisch. Ich glaube, ich bin Russisch. Wie schmeckt es? Kann man, ne? Mante ist geil. Also, wer noch nicht probiert hat, probiert das auf jeden Fall. Den Rezept könnt ihr bei YouTube googeln. Bei YouTube Videos gucken. Oder Google. Google Service. BTG Service. Äh, ja. Ja, Leute. Ich glaube, wir essen jetzt ganz gechillt. Wir nehmen euch mit das erste Mal. Also, ihr zweites Mal. Der erste Mal nimmt er mit. Digga. Das sieht so geil aus. Guck mal, zwei Kameras, wenn ich so mache. Ja, egal. Ne, meine Kamera ist noch seine, weil er will dann auch aufnehmen. Äh, ja. Wir laden jetzt die Videos. Lass starten einfach. Ja. Es geht zu da unten. Wir drehen das Video um 18 Uhr. 18 Uhr 10. Und ja, ich glaube, wir starten jetzt. Der ist noch feinlich. Mal schauen, über was wir reden würden. Wie wir essen würden. Und ja. Gar nichts reden. Einmal leise essen. Ja, Leute. Äh, wir müssen einmal mischen. Ja, ja. Ich habe ja schon gemischt. So ein bisschen. Ja, wie viel Ärzte da rein geballert hat, Alter. So sieht das aus, Leute. Ja, ist halt auch ein bisschen. Wenn es nicht tropft. Also. Ja. Ja. Äh, das ist ein Fleisch-Teich. Oder sagen wir in Deutschland so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist halt. Äh, irgendwas, wo im Fleisch drin ist. Ja. Dann einfach mal reinrollen. Schmeckt so geil. Ich mag das. Du? So, Leute. Wir haben unseren Fake-Cola. Äh, wenn ihr den Kanal abonniert, kann ich dann Coca-Cola. Oh, Spaß. Äh. Äh, das war nur Spaß, Digga. Schönen wir mal. Das war nur Spaß, Leute. Und zwar, wir haben hier einen Fake-Cola aus dem Supermarkt. Äh, Aldi Lidl. Oder, keine Ahnung, wie das Scheiß heißt. Ja, Leute. Fake-Cola, weißt du auch nicht, wieso wir das gerade haben. Die schmeckt eigentlich geil. Und ist halt günstig. Eigentlich haben wir immer Coca-Cola. Und Pepsi hast du meistens. Ja, okay. Ich hab meistens Pepsi. Pepsi ist Cola, mein Gott. Ist ja Pepsi. Eigentlich ist es kein Fake-Cola. Das ist eigentlich nur eine andere Marke. Ohne Marke. Voll viele sagen Fake-Cola, Fake-Cola. Diese Marken sind halt so meistens die Marken von dem Supermarkt selbst. Jetzt Beispiele. Lidl hat ja auch diese eine Marke von sich selbst. Auch bei Energy. So, Kong ist ja auch von Lidl. Ja. Deswegen. Ja, richtig klasse. Weil eigentlich ist es keine Fake-Marke. Ist halt irgendeine günstige, mein Gott. Keine bekannte Marke, sag mal so. Kannst du noch was reinmachen, wenn du willst. Ich muss sparen. Spars. Ja, mit der 90k muss ich sparen. Ja, 90.000 kann ich aber jetzt in jähriger nicht für Cola ausgeben. Jawohl, hast recht. Ja, anstoßen kannst du auch, ne? Ja, mit Cola anstoßen, ne? Mach einfach. Ja. Schmeckt auf jeden Fall. Leute, wenn ihr mehr wollt von solchen Videos, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare, dass ihr mehr wollt und liked das Video. Abonniert den Kanal und liked das Video. Abonniert seinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Ja. Und abonniert BTG. Musik, wenn ihr wollt. Ja. Dort ist Musik und so. Könnt ihr auch alle abonnieren. Müsst ihr aber nicht. Ja. Schmeckt aber geil. Leute, eigentlich war heute ein anderes Video geplant, ne? Eigentlich wollte ich Block machen heute, aber heute... Ich lade später dann noch einen Block hoch, glaube ich. Eigentlich hat es den LED gerade. Ja, das lade ich jetzt dann hoch. Aber das Video, äh, das Senni LED jetzt. Weil der Akku ist leer und dann kann ich es dann nach dem Essen hochladen oder so. Oder dann bei mir zu Hause. Ja. Also den Video, wahrscheinlich wirst du diesen Video nach zwei Tagen laden. Oder nach einem Tag, wenn das Video ist. Ja, kann ja auch morgen hochladen oder so. Weil in einem Tag zwei Videos... Ein bisschen dumm. Ja, ein bisschen dumm. Eile. Ja, Leute, äh, eigentlich wollte ich heute einen Block drehen. Aber ich drehe leider jetzt keinen Block, sondern einen Mantel. Eigentlich könnte ich nicht laden, weil mein Kamera hatte wenig Akku und mein Handy hatte wenig Akku. Ja, Kamera. Ja. Ja, äh, ja stimmt, diese Batterien, die gehen da immer eigentlich voll schnell leer, Digga. Ja. Ja. Genau. Äh, diesen Video-ED habe ich, jetzt würde ich ja sagen, den hast von dieser, wie heißt diese, wie heißt diese YouTuber? Diese eine Dicke, der das auch macht, diese Amerikaner, oder? Ja, diese Amerikaner. Ich weiß nicht, wie der heißt. Kennen ganz viele wahrscheinlich nicht, weil der hat über 10 Millionen Abonnenten durch solche Videos gemacht. Ich mach das Video nur zum Unterhaltung. Also ich mach das Video jetzt nicht so... Um, um kleinen Kindern jetzt. Okay, das war jetzt nicht witzig. Nein, das war noch Spaß. Ich mach das Video nur zum Unterhaltung. Also nicht für Abonnenten oder für Likes. Okay, wenn ich euch ehrlich bin, ich mach das Video nur für Abonnenten, ne. Naja. Lügen muss man jetzt nicht, ne. Ja. Guck mal, also... Wofür macht man also sonst Videos natürlich für, äh, äh, um halt irgendwann Geld damit halt auszumachen? Ja. Ich wollte viele YouTuber machen, eigentlich YouTube nur für Abonnenten, Reichweite, Geld. Aber die sagen halt nie das, weil die haben Angst, dass sie Abonnenten verlieren. Ich hab keine Angst, dass ich Abonnenten verliere, ich bin ehrlich und offen. Wenn's so ist, dann ist es halt, kann man nix machen, da muss ich halt arbeiten gehen. Okay, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, den langwäthige Musik. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Ich muss auch bald nicht mehr arbeiten. Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch im nächsten Monat. Ja, Leute. Also, ich bin ehrlich und offen, ich mach das Video nur für, äh, mehr Abonnenten, mehr Likes. Äh, äh, ja, genau. Aber schmeck schon sein. Schmeck echt geil. Ja, meine Mutter hat die gemacht, ja. Meine Mutter macht immer gut. Ja, das hat, da hab ich bei den letzten Übernachtungen auch gemerkt, war, der, der weiß, war so krass, ne? So bestellt der Koch. Ja, war wirklich, der, ja. Bei mir haben wir, wenn du immer bei mir übernachtest, dann machen wir einfach irgendwie Pizza oder so, keine Ahnung. Manchmal kocht er auch, aber eigentlich, kann man. Egal, lass mal. Äh, so, das Video geht jetzt acht Minuten lang. Tschüss, tschüss. Wahrscheinlich werden die nicht ins Zimmer reinkommen. Hoffentlich mal. Ja, aber eigentlich, werden wir dann sehen, ne? Ob ich reinkommen oder nicht. Ja, wenn ja, dann hallo. Und wenn nicht, dann besser ist. Ja. Hm. Schmeckt aber auf jeden Fall krass, Leute. Macht auf jeden Fall nach. Den Rezept könnt ihr wahrscheinlich über Google schon finden oder über YouTube. Ja. Schreibt einfach türkische Essen Mante oder so. Oder nur Mante. Mante oder Mantel. Mante. Oder so. Mante. Glaube ich wahrscheinlich. Aber ich glaube, bei Deutschen heißt es anders. Die, ich glaube, das hat bei Deutschen auch eine andere Name, aber keine Ahnung was. Ich, ich kenne das ja nicht. Also, das habe ich wirklich noch nie gegessen, bin ich ehrlich. Ich bin ja kein Türke und so, und so. Meine Eltern machen ja nicht türkisches Essen jetzt auch, ey. Weil, ich meine, warum sollten sie das halt tun, ne? Mal mit mir mit Türken, ne? Ja, das war auch was anderes. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, ob ich meinen Bart rasieren soll. Nein. Ja, mit Bart sehe ich irgendwie viel besser aus als mit dem Bart. Ja, ich bin nichts. Egal. Ja, du bist minderjährig. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ich meinen Bart rasieren kann. Ich bin 10. Lass mich in Ruhe. Kann ich mal hier aussprechen? Nein. Bei meinen alten Videos könnt ihr mich ohne Bart sehen, Leute. Aber mit diesem Video, mit Bart, also wie das aussieht, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja, Leute. Neun Minuten lang, wir müssen 10 Minuten machen. Ja, kannst du auch mal essen, ne? Ja. Lassen. Schmeckt auf jeden Fall krass, Leute. Weil, wenn meine Mutter ein Restaurant machen würde, der würde, meine Mutter würde innerhalb eines Tages im Jornal werden. Umsatz locker mehr, der in einem Jahr, in einem Monat Umsatz, der. Voilà. Mindestens. Weil, es schmeckt voll geil. Ja. Schmackhaft. Oh, shit. Kannst du nicht mehr hier irgendwo essen. Wegen mir. Hä? Kurz Bein brechen, Finger brechen, was noch, wenn du knick? Ja, wenn ich dich sehe, will ich schon mal knick brechen. Oha, hä? Hä? Oha. Spaß. Was mit treibt der? Ja, falls man das nicht jetzt gehört hat, weil diese, wenn du deine Stimme ist am Arsch, der meinte, wenn ich dich sehe, will ich schon genick brechen. Sag mal nice, Digga. Ja, wenn du deine Maul öffnest, oder riechst, wie beim männlichen Hochbahnhof-Klo, der hat meine Maul? Nee. Spaß. Wenn du deine Maul aufmachst, verrecken in der Hochbahnhof 50% der Menschen, die dort rumlaufen, wenn du deine Maul aufmachst. Doch? Nein. Ja, du hast heute auch aufgemacht, Hochbahnhof, da sind schon welche runtergefallen. Ja, sag mal nice. Okay. Ich war's. Leute, das ist nur Unterhaltung, also nicht ernst nehmen. Wir unterhalten uns meistens so, zum Beispiel als... Hast du mir wirklich? Ja, genau. Ich war's. Ah, ja, alles. Ist deine Nase kaputt? Ich weiß nicht, ob man bei YouTube-Videos beleidigen kann. Ich kenne Kanäle, die den Videos beleidigen, aber der Kanal wird jetzt nicht gesperrt. Ich glaube schon, dass man beleidigen darf, aber jetzt nicht übertreiben, mal als... Dann halt deine Schnau und esst, du. Ich rede gerade hier, ne? Ja, wer? Ja, esst mal jetzt. Ja, wer? Vielleicht geht dein Mundgeruch weg. Hä? Ja, leider auch, ja. Kannst du dir vielleicht kurz geben? So, Leute. Wir haben hier jetzt einen Zitronen-Eistee. Ja, ich wollte jetzt meine Meinung sagen, weil viele sagen, Zitrone ist widerlich und dass man, wenn man so auf TikTok-Beispiel, geht ja so rum, dass man, wenn man halt diese Sorte halt immer mehr mag, hier, da sieht man es hier und dann hier. Ja, und diese Zitrone da, dann ist man halt, ja, keine Ahnung, man soll halt Pfirsich lieber mögen, aber ich bin ehrlich, also wir sind ehrlich, wir mögen eigentlich das mehr als Pfirsich an sich so. Ich mag Zitrone, ich mag Zitrone mehr. Ja, ich auch eigentlich. Es sind beide geil, aber das ist auch geil. Zitrone schmeckt geiler. Ja, also, ja, danke, dann verlieren wir jetzt Amonenten, weil du die Meinung gesagt hast. Hey, jeder seine Meinung. Wir lieben Zitrone, wenn ihr flüssig mögt, dann ist es halt so, mir ist es egal. Wenn ihr es mögt, dann ist uns egal. Eigentlich ist es nicht egal. Komm. Was wirkt mich das eigentlich oft? Was wirkt mich das, was andere mögen und was andere nicht mögen? Mir ist das egal. Das ist dann gut. Das sollte ich mal interessieren. Du hast recht. Ja. Spaß. Wie soll ich ein 15 Minuten, wie du da auf mein Handy speichern kriegen, der, ja, das wird gar nichts. Nein, warte, das speichert auf meiner Speicherkarte und da sind, glaube ich, so um 200 Kilometer oder so. Ja. Glaube aber nicht. Ich hoffe, ich hoffe also, mein Speicher reicht, was ich, was wir jetzt machen. Bei mir ist das Problem bei YouTube, ne, wenn ich die Videos hochlade, dieser Bild zu finden, wie heißt es bei YouTube nochmal, ja, nein, keine Ahnung, wie man das sagt, ja, das zu finden, Leute, ist so schwer, ne, weil man weiß nicht, was man machen soll. Soll man von seinem Gesicht ein Foto einfach machen oder irgendwas schreiben oder irgendwas machen? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich mache jetzt mal mit meinem PC raus. Ja, aber was machst du? Mit dem Handy lade ich es halt hoch. Die Frage ist, was machst du jetzt für diese Video? Ja, das ist von vielen, wie ich weiß. Wir können ja irgend so ein Bild machen, also Daumen hoch und so. Ja, ne, hast recht. Sag ich doch. Ja, Leute, vielleicht kommt so ein Bild, mal schauen, was wir machen und ja, ich glaube, wir haben genug geredet, genug gegessen. Ich weiß, dass es euch langweilt, dass wir unsere Fresse auch machen, aber eigentlich scheißegal, ob ihr uns zuhört oder nicht, wenn es noch nicht passt. Also, bei mir gucken schon viele Leute zu, bei dir auch wahrscheinlich, ne. Ja, egal, Leute, ich glaube, wir enden das Video langsam hier, ja, deutlicher reden geht es nicht. Ja, Leute, das war es mit dem Video. Wir sehen uns später bei einem neuen Video. Genau. Tschüss, bis später. Und haut rein, liken, abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann, nein, egal. Viel Spaß. Ciao, Leute, wir sehen uns bei einem neuen Video.